In allen vier neutestamentlichen Evangelien wird, natürlich wieder in kleineren Details variierend, aber in Grundzügen immer wieder übereinstimmend, davon berichtet, dass Jesus den Tempel gereinigt habe. Alle Synoptiker berichten davon, dass Jesus den Tempel reinigte am Ende seines Lebens und das dann letzten Endes auch mit zu der Entscheidung führte, zusammen natürlich mit seinen messianischen Prophetien und mit seinem Bezug der messianischen Prophetien des Alten Testaments auf sich selbst, seiner Predigten und natürlich auch des Vorfalls mit dem Einzug in Jerusalem, weil er ja angeblich laut den damaligen Machthabern die Menschen nur aufwiegeln würde. Damit hat er es dann eben quasi das Fass zum Überlaufen gebracht für diese Leute und wurde dann eben von Pontius Pilatus in einem vollkommen ungerechtfertigten Justizverbrechen ermordet. Und dann muss man definitiv sagen, Jesus hat den Tempel gereinigt und natürlich muss er damit öffentlich provoziert haben. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn bereits das Markus-Evangelium und alle vier neutestamentlichen Evangelien berichten, dass dies passiert ist, naja, dann muss man doch davon ausgehen, dass ein historischer Kern, der auf früher Traditionen beruht, dahinter steckt. Man muss ferner eines zugestehen, denn wenn diese Perikope nur erfunden worden wäre, dann muss man sich fragen, warum man einerseits Jesus als gewaltlosen Menschen und andererseits dann eben in so einem zügellosen Moment quasi darstellt. Wir werden auf das Thema der Zügellosigkeit und der Gewalt noch kommen und auf die Rechtfertigung desselben. Aber was wir jetzt quasi betrachten wollen, ist der skeptische Einwand, dass das Ganze überhaupt nicht passiert wäre. Denn das Markus-Evangelium, beziehungsweise allein der Bericht des Markus-Evangeliums, das sei ja nicht historisch zuverlässig, denn wenn Jesus letzten Endes diesen Tempelkult wirklich beendet hätte, wenn Jesus den Tempel geschlossen hätte, wenn Jesus den Tempel gereinigt hätte, dann hätte er dann doch sofort von den stationierten Soldaten, sowohl von der jüdischen Tempelpolizei als auch von den römischen Soldaten, die zu diesem Anlass herangezogen wurden, verhaftet werden können, um genau diese, genau um diese mögliche Gewalt zu unterdrücken. Und natürlich, es ist ja auch so, dass dieses Ereignis letzten Endes auch dazu geführt haben kann, quasi zur Entscheidung, dass man Jesus nun verhaftet. Aber was kann dazu gesagt werden? Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Und die wohl wichtigsten sind die Tatsache, dass Jesus nicht sofort von den Tempelwächtern verhaftet wurde, ist darauf zurückzuführen, zum einen, dass die Menge Jesu Aktionen unterstützte. Die Behörden des Tempels schritten also nicht ein, weil die Menschenmenge eine richtige Bewegung war, eine richtige Bewegung quasi, die letzten Endes auf Jesus Seite war und Kritik am Tempelkult übte. Und dann muss man definitiv auch sagen, die Behörden des Tempels befürchteten dann wahrscheinlich, dass die Entsendung von Wachen gegen Jesus und seine Jünger einen Aufstand und ein Blutbad auslösen würden, während römische Soldaten dann eben nicht das Bedürfnis verspürten, quasi hier zu handeln. Allerdings führten diese Handlungen dann wahrscheinlich zur Entscheidung der Behörden, Jesus einige Tage später verhaften zu lassen und ihn vom römischen Präfekten Pontius Pilatus hinrichten zu lassen, weil sich ja einiges angesammelt hat. Diese messianischen Prophetien, seine Tätigkeit als Wundertäter und als Heiler, dann seine messianischen, in Anführungszeichen, Provokationen, all das führte letzten Endes dazu, dass man Jesus ja gekreuzigt hat, weil er der Messias war. Und es gab viele solcher Leute, die dann letzten Endes aufgetreten waren mit dem Anspruch, der Messias zu sein. Keiner davon hat natürlich solche Wunder getan wie Jesus. Keiner davon konnte eine solche Wirkmächtigkeit entfalten. Keiner war so charismatisch, keiner hat so große Wunder getan und keiner ist auferstanden. Aber die Leute damals eben haben ihn nur als Provokateur wahrgenommen und dann letzten Endes verhaften und hinrichten lassen. Dass er aber hier bei dieser Perikope nicht verhaftet wurde, lässt sich so deuten, dass die Menge, die Menschenmenge, eine Bewegung Jesu war, zusammen mit seinen Aposteln, die das Ganze unterstützt, weil auch sie das, was im Tempel geschah, eben kritisch sahen. Und wenn dann auch noch diese Wachen entsendet werden, dann hätte es auch durchaus zu einem Gerangel und seinem richtigen Blutbad kommen können. Das hätte wiederum einen Riesenskandal gegeben und das hätte nicht gerade das beste Licht auf die Behörden geworfen, weshalb sie sich wahrscheinlich entschieden haben, eben nicht einzugreifen. Doch was man definitiv noch sagen kann, ist, dass letzten Endes, ja, dass letzten Endes so eine Schließung, beziehungsweise so eine Reinigung des Tempels, so eine Belagerung des Tempels, keine Seltenheit war. Zur Zeit Jesu waren die Juden und die Samariter, gelinde gesagt, nicht die besten Freunde. Wir sehen diesen Konflikt in den Evangelien, aber auch der Historiker Flavius Josephus berichtet über eine Gruppe wütender Samariter, die den Tempel eben belagerten. Denn was schreibt Josephus in seinen Altertümern 1829 bis 30? Nun, ungefähr 9 nach Christus, als Judäa von Coponius verwaltet wurde, der von Quirinius, dem römischen Stadthalter von Syrien, ausgesandt wurde, geschah Folgendes. Während der Feier des Festes der ungesäuerten Brote, das wir einen Brauch zufolge Pessach nennen, Nach Mitternacht wurden von den Priestern die Tore des Tempels in Jerusalem geöffnet. Und dann, als ihre Öffnung zum ersten Mal stattfand, begannen samaritanische Männer, die heimlich nach Jerusalem kamen, Menschenknochen in den Säulengängen und im ganzen Tempel zu verstreuen. Also verwalteten die Priester, die an solche Dinge vorher nicht gewöhnt waren, den Tempel mit größerer Sorgfalt. Unterm Strich gab es also tatsächlich Möglichkeiten, den Tempel zu schließen. Nun, so ein Verhalten könnte man nun sagen, das könnte man ja nicht von einem nachdenklichen, rationalen Erwachsenen, sondern von einem bockigen Kind erwarten. Hatte Jesus hier also einen ungerechtfertigten Wutanfall, wie wir vorher schon einmal angedeutet haben? Um dies zu beantworten, reicht es nicht einfach, Jesu Handlungen isoliert zu betrachten, sondern wir müssen Hintergrundinformationen mit einbeziehen. Es gab immer einen ständigen Markt im Tempel an diesem Ort, der die Läden in Anführungszeichen genannt wurde, wo jeden Tag Wein, Salz, Öl und andere Opfergegenstände verkauft wurden, so wie Ochsen und Schafe im geräumigen Vorhof der Heiden. Josefus schätzte, dass bis zu drei Millionen Juden zum Pessachfest nach Jerusalem reisen würden. Angesichts ihrer Hingabe sahen die Geldwechsler nun eine Gelegenheit, reich zu werden, sich eine goldene Nase zu verdienen. Sie machten sich es also letzten Endes zur Aufgabe, diejenigen unterzubringen, die nicht über die halbe Schäkel-Tempelsteuer verfügten. Matthäus 17,24 Von jedem, ob reich oder arm, wurde erwartet, dass er im Monat Adar zahlte. Daher wurde es notwendig, einen Schäkel in zwei Hälften zu tauschen oder ausländisches Geld gegen den jüdischen halben Schäkel einzutauschen. Ja, Geld, das in manchen Fällen das Bild des in Anführungszeichen göttlichen Cäsar trug. Diese Männer machten einen schönen Gewinn, indem sie einen Prozentsatz für den Umtausch verlangten. Die Tiere befanden sich in den Höfen, um als Opfer verkauft zu werden, da Menschen, die von weit her anreisten, sie normalerweise nicht mitbringen konnten. Jesus war nun verärgert darüber, dass am Gericht der Heiden, dem Ort, an dem Nichtjuden ihre Anbetung feiern sollten, den Menschen wegen gieriger, respektloser Menschen die Möglichkeit zum Beten verwehrt wurde. Und dies geschah unter der Aufsicht des religiösen Führers Jerusalems. Jesus zitiert Jesaja 56,7. Und hier geht es darum, dass der Tempel ein Ort des Gebets für alle Nationen sein sollte. Das wäre also, als würde man versuchen, am Black Friday mitten im Walmart einen Gottesdienst abzuhalten. Die Heiden wurden durch das Passachfest aus der Teilnahme verdrängt. Matthäus schreibt zuvor, ich sage euch, dass viele aus dem Osten und Westen kommen werden, ihre Plätze beim Fest mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich einnehmen werden. Matthäus 8,11. Und dieses Ereignis wird nun die Reinigung des Tempels genannt, was darauf hinweist, dass Jesus den Tempel von Verunreinigungen reinigte. Und fast 200 Jahre zuvor reinigte Judas Maccabeus den Tempel, nachdem er von Antiochus Epiphanes entweiht worden war. Mit der Säuberung des Tempels sagt Jesus, dass die gegenwärtige jüdische Führung den Tempel entweiht hat. Man spreche also über einen Akt des trotzigen Protests. Kurz darauf sagt Jesus die Zerstörung des Tempels und das bevorstehende Gericht über die Nation wegen ihrer mangelnden Reaktion auf das Evangelium voraus. Markus 13, Matthäus 24. Es gab also lautstarke Menschen, denen Gott egal ist, um an dem Ort, an dem die Heiden ihre Anbetung feiern sollten, leicht Geld zu verdienen und dabei die Armen auszubeuten. Jesus lehrte, dass wir Gott und dem Geld nicht gleichzeitig dienen können. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und für ihn war dies im Haus seines Vaters offensichtlich sowohl Unterdrückung als auch Gier und Götzendienst. Jesus sagte also, dass dies ein Ort des Gebets und keine Räuberhöhle sein sollte. Jeremia 7,11. Er war zu Recht verärgert. Vollkommen zu Recht. Denn Jesus war ja nicht zornig, weil er selbst unbedingt etwas wollte. Es war nicht Selbstgier oder Selbstgerechtigkeit oder Selbstjustiz, sondern er setzte sich hier für unterdrückte Menschen ein und er kämpfte hier gegen einen Missstand, den niemand leugnen kann. Und es gibt auch keinen Hinweis, ja, unabhängig davon, was andere sagen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Jesus einem Menschen oder einem Tier Schaden zugefügt hat. Er drehte einige Tische um, ja, er baute eine Peitsche und ließ sie ein- oder zweimal kräftig knallen, ja. Das wäre so, als würde man in einer Menschenmenge mit einer Waffe in die Luft schießen, ja. Es würde die Menschen und Tiere in Eile vertreiben, ja. Dieses Stück prophetisches Theater, ja, das endete natürlich dann mit dem Tod am Kreuz. Aber gerade das ist ja auch seine Absicht gewesen, denn er wollte ja schließlich für die Sünden der Menschen sterben, ja. Und er sagte ja auch, für die Menschen, die er vertrieb, trat er auch ein, ja. Also er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23,34 Diese Skeptiker scheinen den Unterschied zwischen gerechter Empörung und einem Wutanfall aus Selbstsucht heraus also nicht zu erkennen, ja. Aus weltlicher Sicht, ja, war das keine kluge Sache. Jesus kam aber, um Menschen Gerechtigkeit zu bringen, damit Menschen Gerechtigkeit widerfährt, Jesus kam, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben und diese Sünden dann auszutilgen durch die Auferstehung. Markus 8,31